david klasen hat sich entschieden unser sechster ersatz und vieles mehr nach dem intro ja leute erst mal schön dass sie wieder eingeschaltet habt ja heute drei themen und das erste thema ist auch das spannendste david klasen wie sieht ihr das ganze denn und es ist wohl so nach außen kommuniziert worden jetzt dass david klasen wohl bei den verantwortlichen mitgeteilt hat diese hinterlegt hat dass er gerne den wechsel machen wollen würde und ja das konnte man glaube ich gestern schon so ein bisschen erahnen nach dem statement von fritz der sich da gar nicht äußern zu heute also ich meine wenn er nämlich durch nichts angewiesen wäre hätte er sowieso sich geäußert und ich glaube auch dass wenn ajax ein angebot abgelehnt abgegeben hätte aber klasen sagt hätte ich will auf jeden fall bei werder bleiben hätte fritz dazu auch was gesagt jetzt ist es aber auch wie gesagt nach außen bekannt geworden dass klasen sich da dementsprechend positioniert hat dass er denn diesen wechsel zur ajax auch gerne machen wollen würde das ist auf jeden fall der stand von jetzt gerade man weiß nicht wie das ganze sich entwickelt ich musste auch diesen doppel upload machen denn wer der brem hat ein ultimatum gesetzt und zwar das ganze muss entschieden werden bis morgen das heißt bis morgen wissen wir alle bescheid das heißt auch morgen wird es den doppel upload geben und da werden wir dann ja auch schon sagen können ob klasen gewechselt ist oder nicht und vor allen dingen auch über die kandidaten die zu der aufgabe kommen wir nämlich jetzt denn ich habe noch nichts über einen gescheidenen ersatz gehört von klasen was für mich tendenziell extrem wichtig ist ihr wisst ich hätte würde klasen gar nicht abgeben wollen aber wenn man klasen abgibt und irgendwie mein dumpfes bauchgefühl sagt mir dass er tatsächlich morgen gehen wird und dass man da dann ja richtung abschied tendiert ja wenn es aber so kommen sollte muss man halt auch einen ersatz in den staatlichen haben dazu gehört für mich eigentlich nur kevin stöger ablösefrei immer noch von düsseldorf der die position kennt auf der 18 6 variabel einsetzbar im mittelfeld das wäre jetzt ein name den ich rein schmeiße ebenso wie mo dahoud der bei dortmund einfach ja nicht nicht sein startplatz kriegen wird oder auch nicht bekommt aktuell bei uns mit sicherheit haben denke ich zumindest und ja das wären jetzt so zwei namen die ich reinwerfen würde da gut würde ich als laie reinschmeißen und stöger ist ablösefrei das haben vielleicht zwei kandidaten die demnach vielleicht realistisch sind oder auch realistischer umsetzbar sind und jetzt habe ich möchte aufgabe an euch denn ihr schreibt bitte leute rein die auch realisierbar sind die ich mir anschauen kann bis morgen bis das ganze dann als statement rauskommt wenn natürlich morgen kommt klasen bleibt ja dann können wir das ganze auch so noch mal andersweitig besprechen ich glaube dann sind wir auch alle ein bisschen beruhigter aber wie gesagt es sieht halt jetzt gerade wirklich nicht danach aus dass klasen bleibt hätte ich so auch nicht gedacht gerade jetzt so eine schlussphase transfer transferperiode aber gut ist halt jetzt so und jetzt noch das dritte und letzte thema ich habe gerade eben ein video hochgeladen mein eigenes format ihr kennt es wäre strafe oder die meisten von euch kennen ist und ich würde mich sehr sehr freuen wenn ihr das abcheckt das ist direkt in der video beschreibung der erste link und ja wie gesagt kann wird eben online mit dem guten kick auf als gast und ja da würde mich das wirklich extrem freuen wenn ihr da einfach noch mal auf sie drauf geht netten kommentar da lässt und dann sehen wir uns auch morgen wieder bis dahin euer nico ciao